hallo und willkommen zurück bei seven days to die let's play together mit der tibra wir haben den raum ein bisschen sauber gemacht mehr oder weniger die stiegen etwas gesichert und jetzt geht es daran das haus fertig zu looten ja das wird die tibra übernehmen wir haben jetzt in der nacht unsere letzten wasserreserven ausgetrunken setzt da die wutfremse wieder rein muss nicht ich mache gleich eine tür gut dann schaue ich mal dass ich mir ums wasser kümmere ich lute mal die hütte fertig werden wir das aufwerten ein paar steine sammeln bei jubi überhaupt gar nichts mehr damit zumindest eine axt machen kann diese tür auch ist auch aufgewertet ein bisschen löcher ausbessern holzwarmen steine vor ihm wir wollen ja eine saubere hütte haben schau mal fünf steine drüben holz da ist ein ofen da war ich noch nicht bitte 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 nein nix wenn ich den gelootet habe kann ich eigentlich wegräumen weil da kommt sowieso nichts nach nein kommt nichts nach okay ja eine kiste habe ich uns gebaut um das zeug reinzulegen ich glaube mittlerweile sind sie ja aktiv mit elektrizität glaube ich kann man aber wir werden in das haus nicht zu viel investieren lagerfeuer recht oben ja ich wollte nicht reparieren ich wollte es klicken so knochen war mittlerweile für ein mäßchen so kann ich jetzt wieder steinaxt bitte ja jawohl schau mal ja da war ich auch noch nicht eine leere dose so und dann werden wir jetzt gleich noch die reserven und noch eine leere dose wäre es gewesen hätte ich da den baum da werden wir wegnehmen bist du noch vor der tür seitlich seitlich kinder denn herinnen das kann ja später machen ich werde nutzen solange es hell ist da liegen noch leichen ach wie schön ja wir haben nicht einmal mehr fertig gelootet aber ich habe das eh noch gesehen das war glaube ich noch in der hofnahme alles nicht einmal die treppen haben wir fertig abgebaut ja so anfangs sind wir noch sehr vorsichtig ich muss mein gewand auch noch machen du wo ist die hülle das ist nicht reinfall ähm warte mal wo war sie ich habe sie gerade gesehen wow ja genau da unter dir ist sie und zwar unter mir ja da wenn du da runter schaust siehst so diese stalactiten stalagmiten ach das loch ja wenn es da reingrappelst da geht es sicher runter also das sind diese typischen höhleneingänge schauen wir mal na die brauche ich ja ja klar schwammau ach ja schwammau schwammau soße das mache ich später mal weil erstens einmal sieht man da besser das werkzeug haben für die äh was habe ich gefunden ich habe im haus gefunden oder du hast gefunden eine Sicherheitsweste die habe ich jetzt an ja Lederrüstung Lederhanisch und äh Gansiv haben wir übrigens auch drinnen wie wir wahrscheinlich gesehen haben wenn wir jetzt da äh begonnen haben steht da oben ist natürlich noch verschlossen ja da warten wir vielleicht auch wenn das Kill höher ist oder mhm so ja und Steinchen dann zambilea Holz 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 und Steine brauchen wir also und äh Federn ich habe zwar 49 Federn aber das wird auf Dauer sehr wenig viel zu wenig ähm ähm eine garden hole haben wir noch nicht gar nein ich finde von der äh fettmama nur eine Stahlschoffel glaube ich bekriegt sie gar okay ja Stahlschoffel in Grau aber immerhin Achtung Zombie nähert sich von unten groß mhm 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 okay die werden wir mhm 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 x 2 ist der Dicke dir nachgelaufen Nein haha dann muss er noch etwas hinein er ist zielstrebig nach oben Richtung Haus gewandert mhm toll ein Langer So, dann konzentrieren wir sie auf jetzt mal. Ach, da ist er. Ich seh ihn schon, ja. Dann geh mal in die andere Richtung. Ist ja noch nicht so. Bäume da. Da tobt der Sträuch. Was hier wenig ist, äh... Steine. Na ja. Ja, aber... Da liegt jede Menge herum. Und zumindest diese Eisensteine. Okay. Die großen Felsen sich jetzt da, ehrlich gesagt, nicht so viele. So, ich schau mal, dass ich zum Wasser komme. Wirken lassen wir stehen, haben wir gesagt, oder? Irgendwann mal. Ich glaub, die kann man noch immer nicht pflanzen. Wenn wir sehen, müssen wir mal probieren. Mal eine Saat rauskriegt. Gut, dann... Ab nach unten. Für Lagerfeuer hast du jetzt schon alles, oder soll ich eins kräften? Äh... Ich hab noch nicht genug Steine, aber das wird sich bald erledigt haben. Ich bin noch immer beim Holz sammeln. Ich schau mal, ob ich schon eins kräften kann. Was brauchen wir? Acht... Acht Steine brauchen wir. Was ist denn das? Kommt da rüber, zahl auf mich zu. Äh... Alter Schwede! Wer bist denn du? Ach, ein Stein! Wenn es mir helfen soll, musst du mich anfordern quasi. Ich glaub, das war so ein Biker. Keine Ahnung. So Zopopabend enthellen. Huuuuhh... Ah, ich will das Nest mitnehmen. Komm her. Laufen wir da bestimmt rüber. Jetzt findet ihr das sicher nicht mehr. Da ist es. So... Hau's ein bisschen absichern und dann geht's eigentlich ans Lupen, gell? Wir brauchen Zeit. Jupp. Hm... Tag 2. Och... Der Dicke hat mich entdeckt. Okay, ich lauf mal... Lagerfeuer, Kräften. Ich lauf mal Richtung Steine, das den Sinn macht, das davonlaufen. Genau. So... Ja, cool, da kommt Kohle raus. Eisen raus. Gehen wir alles brauchen. Super, die Achse ist wieder im Arsch. Entschuldigung. Egal, wir können sogar die Müllsäcke abbauen. Ja, stimmt. Weil wir kriegen ja nichts mehr raus. Kriegt man dann was raus? Achso, und wie ist das eigentlich mit den... ...Nester? Die werden auch nicht mehr nachgefüllt, gell? Nein. Ah, okay. So. Unsere 3 Wassergläser und die Dose sind befüllt. Ich hätte wahrscheinlich noch 2 Dosen im Inventar. Achso. Ja, die habe ich gelootet, da warst du schon weg. Achso. Kriegt man was raus, wenn man diese Müllsäcke zerstört? Na. Ja, aber man greift nicht mehr hin. Man hält sich nicht mehr damit auf. Guck, das ist Blei. Blei haben wir da. So. Ja, da vorne liegt eine schöne große Stadt. Da vorne und da links, das dürfte so ein altes Kraftwerk sein. Naja, eigentlich könnten wir eh schon hinschauen. Aber wir brauchen Nahrungsmittel. Wenig Platz habe ich noch. Ja, ich komme mal zu dir, ne? Nein, nein. Bleib da oben, ich komme wieder hoch. Okay. 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 Dann wollen wir ausladen, oder? Genau. So. Schon mal das Lager vorher aufstellen, ne? Ja. Okay. Okay. Den Dicken im Grunde. Okay. Den Dicken im Grunde. Ich mach dann mal hier drinnen weiter. Okay. So. 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 Ja. So. So. Ähm. Ja. Zombie Line. Ich kräfte mal Pfeile. Ich glaube, die müssen wir wegmachen. Der startet gerade Richtung Haus. Okay. Ich kräfte mir eine neue Axt. Die wird äh, gescrapt. So. Hm. Ah, Pfeile. Habe ich noch keine? Ach, scheiße. Ach mal einer. Index. Oh, sehr gut. Äh. Ja. Knochen. Warum kann ich die nicht? So. Aus den Knochen machen wir gleich mal ein Messer. Grafgott. Ich hab so viel, also so viel, ob maniges an Holz gibt, verhandeln schon wieder weg. Ich bin nicht wirklich zum Aufwerten gekommen. So, ich komm kurz rein. Mhm. Oh shit, ich hab Hunger. Massiv Hunger. So. Dann nehm ich mich um die an. So, ich schmeiß mal alles rein. Ja. Was ich so gefunden habe. Ich mach gleich das Gleiche. Ja. So. Das Lagerfeuer kann ich gleich aufstellen, ne? Ja, bitte. Schmerziarien, die Saat können wir aus dem Spitter noch machen. So, was hab ich da? Ah, da hab ich auch noch nicht alles. Bin gleich rausgestürmt. Oh Gott, da ist ja nichts drin. Hm. Wieder zwei Dosen. Also Dosen haben wir jetzt dann genug. Sehr cool. Gläser. Oh, leer. Macht nix. Gut. Ähm. Noch einmal. Eins, zwei. Ich hoffe, ich vergifte mir nicht, weil ich habe in der Nacht schon welche gegessen. Hm. Gut. Mit Looten wär ich fertig. Wo geht's denn raus, bitte? Äh, da. Ich werd mich auch mal entleeren. So. So, ich hab da das Lagerfeuer her. Okay. Hm, was hab ich denn? Holz. Ähm. Hm, 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 hm. Lagerfeuer ist Samen, kommen da rein. Alles. Krüsen-Thema. Okay, brauchen wir nicht. Kohle. Potassium. Eier. Ich bitte, ich nehm mir eine Dosage. Ja, nehm da. Acht Gläser habe ich. So, ich bin nun wieder. Da runter. Mhm. Holzrahmen habe ich weggenommen, passt das? Oder soll das noch da stehen lassen? Ah, jaja, passt. Alles drauf stehen, musst du dann weggenommen. Aha, warum ist mir jetzt warm? Gut, dann setz meinen Hut auf. Der kühlt. Leere Kühlbox, genau, abbauen. Ah, soll ich... Ups. Aha. Soll ich dir die leeren Dosen und zweite mitnehmen? Leeren Dosen Gläser? Ja, schmeiß da in den Kühlschrank und die nehme ich. Wenn sie sich ausgeht, fülle es dann nachher noch an. Ah. Da hast du schon alles entleert, oder? So, da ist das... Da legen wir gleich mal die Stühle rein. Wo habe ich die? Da. Das ist schön brennt. Ein Messerchen gecraftet. Ja. So. Geht doch. Top, 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 top. Ich nehme die Holzhaaren weg. Ja. So, äh... Ja, ich habe heute eine Zwischenzeit. Gut. Runter zum Wasser, dass wir das anfühlen. Wo ist er? Da. Können wir machen, ja. Ja? Mhm. Ich habe nicht Durst. Ja, das kannst du sowieso nicht trinken. Du musst vorher abkochen. Ach, stimmt. Ja, wir werden was finden. Hast du denn dein Glas getrunken? Ja, habe ich schon. Ah, tierisch. Okay. Snobbeere ist gegessen. Ja, habe ich schon. So. Ich... Hast du was zu trinken dabei? Nein. Muss ich noch zurück. Wo soll ich es hernehmen? Nein. Ah, sind die schon abgekocht? Nein. Ich gehe drauf. Ja, dann laufen wir zurück und kochen wir das schnell ab. Mhm. So. Ich mache schon. Bleibst du draußen? Komm schon. So, mit Frames komme ich hier rauf. Lass gleich stehen. Ich bin schon da. Mhm. Ist jetzt halt. Die Sicht reduziert. Wo geht noch? Sogar was rausgeschötten. Vor allem sind wir da zu bewaschen. Okay. Wo bin ich? Wo bin ich? Da ist es so finster. So. Das muss man abkochen. Ähm... Hast du die leeren reinklickt? Mach ich? Oder ja, habe ich. Na, die vollen sind da. Ah, Entschuldigung. Leere Dosen. Leere Dosen. Leere Dosen und Gläser. Ja, und die vollen liegt rein. Es liegt alles drin, was ich habe. Kann man die vollen Gläser nicht abkochen? Nein. Da brauchst du einen guten Bot dazu. Alles klar. Also geht es nur mit den Dosen? Ja. Gut, dann fülle die gleich. So. Mit Anlauf da runter übernommen. Nichts optimal. Das könnte Beinbruch werden. Okay. Ähm... Kleberplanten. Ich komm schon. Ja. So. Könnten wir... So. Die... 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 die Hülle abdecken mit... Brains? Kann man machen, ja. Bei Gelegenheit, gell? Kann man machen, ja. Bei Gelegenheit, gell? Na gut, ich folge dir. Hast du Zombies am Arsch? Mhm. Ah, da drüben, glaube ich, ist ein Händler. Okay. Ich glaube, dass das ein Händler ist. So, mein Wasser schaut es mir immer schon wieder sehr gut aus. Mhm. Jetzt müssen wir sie nur über sie einfallen lassen bei der Nahrung. Oh. Da haben wir nur ein Thema. So, die laufen wir Richtung Stadt drüber, oder? Ja. Ich auch. Ja, das ist wichtig. y such. Ja, das ist hier. Oh. Vielen Dank.